Ja, das wird ja mal eine spannende Runde. Was habt ihr jetzt? Du hast jetzt einen Destroyer, Disaster hat einen Cruiser und ich habe einen Air Carrier. Ja, ich habe die Momansk wieder genommen, weil die hat eine höhere Torbereichweite als die Iso. Ja, bloß du fährst mit der Momansk immer so ultra aggressiv nach vorne. Und wir haben zwei Level 5 Flugzeugträger. Ja, jetzt kann man nur hoffen, dass irgendeiner von denen so intelligent ist und nur ein Bombergeschwader hat, dass man mit den Air Carrier, äh Quatsch, mit den Angriffsfliegern ein bisschen was machen kann. Lass uns berühren. Oh, ich werde mich mal auf diesem Wege begeben. So, erstmal ein bisschen defensiv spielen. Mal gucken, was der Flugzeugträger so alles verzapft. Also, A kann ich zunut auch noch einen Verlauf decken. Es verrät sich auf alle Fälle schon mal etwas, was Richtung B unterwegs ist. Au. Was war das? Hast du gerade ins Mikrofon gefurzt? Ich jedenfalls nicht. Das war ich, Entschuldigung. Verhält ihr mich? Ja, du knackst ein bisschen. Besser? Mal gucken. 1, 2, 3. Oh, ich hab eine Miyagi. 1, 2, 3. Und zwar D, 8. Ich hab ne Kongo B6. Ich hab vieles hier auf meinem Wege. Ja. Ich könnte mal Hilfe gebrauchen. Bei was? A-A-A. Anti-Air, genau. Ich werde mich aufm Weg machen zu dir. Ich geh rechtzeitig um die Kurve, komme! Ich muss nur schnell genug ein-genommen werden. Komm, B-B, komm, B-B, komm. Ich muss raus aus B Wie weit sind die Flieger noch weg? Sind auf dem Weg und kriegen irgendwie auch nicht wirklich Damage Und mein Fighter ist leider dummerweise auch voll im Fight drin Komm zu dir, ich komm zu dir On the way Okay, ein Flugzeug habe ich von ihm runter geholt, das ist schon mal nice Vor allem komme ich auch zu dir, weil wir hier gleich richtig einen auf den Arsch kriegen ... Alter, kann man ihm die Jäger mal wegschießen? Gleich haben sie keine Munition mehr Die sind gut, die sind gut Die haben hier richtig gut abgeblockt Hier kommen wir jetzt umsonst Ne, 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 der Gegner ist gut, meine ich Redaktiv? Jaaaa Was ist das jetzt? Keine Ahnung Also ich habe mit dem Yugi und dem Kongo im Schlip zu Hause Oh, ich sehe nichts Oh, dann die Gegnerflieger sind weg Hm Äh, sehe ich das richtig, dass die beiden Flugzeugträger alleine stehen? Ne, 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 die haben richtig Backup hier Okay Okay Ah, schade, schade, schade Die haben so viele, also die, die ganzen Cruiser helfen denen Da sehe ich gerade Da sehe ich gerade Wer hat der andere Flugzeugträger da aus der Deckung raus gehört? Raus Ja, kann er ja machen Aber hier kriegt er keinen Backup Ja gut, da ist eine ISO, ne, die hat eh irgendwie so Ich habe Murmansk Achso Ich bin die ISO Ah, okay Ja, weil die haben so, so komische Arten von Anti-Air Dann passiert immer nicht viel Die machen ohne Ende Krach Klingen ziemlich geil, aber kriegen nichts kaputt Woah, fuck off Woah, fuck off Hm Group 2, awaiting instructions Group 4, ready? Group 3, waiting instructions Group 4, ready? Group 4, ready? der hat seine abfang jäger die nerven du hast keine fahrt drauf nein der kriegt gerade von zwei abfang jägern einen auf dem sack mit seiner fangen sehr schön ups caps lock ist cool auch nein ich war zu dicht dran die volle breitseite ausnutzen dann setzt zumindest ein stückchen zurück damit ich dann da so ich schiebe meine taubflieger wieder oben auf den einen flugzeugträger wenn das klappt die zuio ist ein fünfer ich habe sieben flugzeuge runter geholt das mal nett im nordwesten kommt noch ein bisschen spaß wir wollten mit diskutieren die wollen diskutieren die sind wir zick zack gefahren dahinter kommt eine miyogi ja ich bin ich mache mir mal auf den weg da ob ich ein paar drops setzen kann ja die miyogi werde ich jetzt auch mal angreifen alter das war gerade ein volltreffer ja ich habe gerade einen volltreffer kassiert eine kongo und eine miyogi sind da also wenn ich mich noch einmal triff bin ich weg also wenn ich mich noch einmal triff bin ich weg du hast gerade ein schwarzer rauchbahn als schutz sehr schön wieso brennst du ich bin weg du bist weg ich habe zwei treffer von einem miyogi eingekasiert und bin untergegangen ich bin weg hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh gut die miyogi hat drei ins papier durchgefressen Mh Hm Meinst du hier reicht? Sehr schön, ich danke dir Bis die Kongo Ja, jetzt kommt die Kongo Ja, meine Fluse Flugzeuge kommen gleich Kann ja nur keine AA geben Das Problem ist dass wir nur noch zwei Flugzeugträger und Holger sind und eine ganze Menge Gegenwehr haben Zwei Flugzeugträger und Holger Das ist auch eine gute Aussage Ja Einer dreht gemütlich hinter deiner Insel und der kommt direkt hinter dir raus Ah ne, der ist noch auf der anderen Seite in sich Schön, zwei Torpedos Meine Flieger sind schon auf dem Weg Ich weiß ja nicht wie lange du brauchst zum Nachladen Eben Du glaubst dann gleich wieder fertig, falls du das meinst Ja, das meine ich Lass dich bloß nicht hitten Ich weiß nicht Diese Karts ist klein genug Ich habe das Gefühl Jaja, die ist mega klein die trifft man kaum So, die Kongo freut sich Der ist weg Egal wie Jo Ach der andere Aircarrier eigentlich auch noch was? Jaja, der ist gerade am fighten Ach der ist auch auf der Flucht, ne? Ja, das kommt wenn man sich so weit weg treibt Äh Achtung Trolli Ja, versuch Kreuz mal ein bisschen Flugzeuge kommen schon Also Abwehrabfangjäger Und wieder auf Steuerbord Obwohl die Abfangjäger muss ich leider woanders hinschicken Ja, ist alles gut, alles gut War ein bisschen was getroffen, aber Ich weiß ja nicht, ob du die anderen Äh, Aircarrier immer schützen würdest Ja, ich bin schon auf dem Weg da hin Äh, aber mein lieber Kleiner Techniklade mit ein paar Tops Oh, irgendeiner ist untergegangen Irgendeiner ist untergegangen Ja, unser Aircarrier ist scheiße Oh, oh Ist okay Oh, der hat gesessen Ah, geht aber Oh, da ist ja noch einer Ja Wie du schon sagtest, sie sind zu zweit Ja, unser Aircarrier hat sie ja gerade verabschiedet Ja, was fährt da auch alleine dann so weit raus? Warte, da hinten ist die Omaha Stark beschädigt Ja, ich seh's Bin schon auf dem Weg da hin Oma, H ist weg Sei vorsichtig, Torps Nicht weiter drehen, nicht weiter drehen Ich versuch schon aufzuhören, aber das ist nicht so einfach Äh, alles gut, alles gut Alles gut, die gehen schön an dir vorbei So, das heißt, wir haben jetzt einen Battleship noch und zwei Flugzeugträger Ja Alter, ich krieg Schweißhände Und du hast noch eine Nicht nur du Und du hast nur eine Isocarze als Backup Ja Hey, ich liebe diese Isocarze jetzt schon Und du weißt, wer sie wär Gegner ist bei B Gegner ist bei B Hm, ich seh'n Ah, da vorne kommt ein Battleship Flugzeugträger, wenn ihr den wegnatzt Ja, ich bin mal auf dem Weg da hin Das sind immerhin 90 Punkte Äh, 60 Ja, ich muss hier nur aufpassen, dass ich, äh, meinem lieben hier nicht, äh, voll rein rausche Und das ist der andere Flugzeugträger, der bei B erobert Hast du deine Torpser schon hin? Oh, so weit hab ich noch keinen, keinen, ach so, ja Ach, BPs AFK Ja, sehr schön Äh, warte mal, das würd ich nicht glauben Ist ne Saussi Das ist ein Falle, übrigens nur so schön, Freunde Das ist ein Falle, übrigens nur so schön, Freunde Ah, die Ah, die Das, die, der Dasti-Tanker, der hängt da so richtig schön zwei, schon zwei Inseln fest Ah, scheiße, nur noch einen Torp abzuwerfen Lass dich nur nicht versenken, dann habt ihr das Black gepackt, Jungs Ja, ja Ja, ja Zwei Minuten 50 noch Ja, oder noch 50 Punkte Das ist gleich Torps von Backbord Der Steuerbord Ja, ich weiß Alter Alter Die Bomber, Nerven Lösch ich Die treffen auch gar nicht, ja, kann ich nicht Ach so Nicht absaufen, Bro, nicht absaufen Ja, das sieht nicht gut aus, oder? Wird er nicht lange überleben Das Feuer ist aus, Wahnsinn Ja, ja, ich konnte gerade retten Ja, ja, ich konnte gerade retten Wird hier nass, Jungs Ach, was meinst du, wie es mir geht? Der startet schon wieder die nächsten Bomber, das nähe ist langsam Wird gucken, dass du das die Tanker Der ist noch weniger Und der hat kaum Bewegungsmöglichkeiten Das Problem ist, dass die Tanker hängt Oh, den habe ich unter Feuer gesetzt, der ist weg Der hängt in der Insel fest, ne? Ne, der ist auf, ähm Backup Das Problem ist nämlich da, wo er da Stress macht Äh Ah, der hat gelöscht Scheiße Oh Wir haben das Ding gewonnen? Ja, Alter Alter Alter, was ein Fight Alter Ihr habt zwölf Torpedotreffer, acht Bombertreffer, 29 Flugzeuge vom Himmel geholt Zehnmal Wassereinbruch, dreimal Feuer verursacht Alter Verwalter, Verwalter Also ich habe elf Zieltreffer, sechs Torbtreffer, ein Flugzeug runtergeholt, einmal Ausfall, zwei zerstört, einen Brand und drei Wassereinbruch Jungs, ihr seid spitze Auf jeden Fall Hammer Oull onde Vi usando Du Du Du